Die Diffusionsspannung ist hier ein Begriff im Zusammenhang mit den Halbleitern. Durch die Diffusion entsteht am N-Leiter eine positive Ladung, am P-Leiter eine negative Ladung. Durch diese beiden Ladungen innerhalb der Grenzschicht entsteht eine Spannung am P-N-Übergang. Diese nennt sich Diffusionsspannung. Ich bin Enrique Fernandes, hier bei FMH Studios. Bis zum nächsten Video. Adios.